Na, offensichtlich frieren wir uns weiter durch diese Woche. Danke an die Nachrichten, schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen heute zur Brasant-Sendung. Gucken wir auf den Tag, das hat uns beschäftigt heute. Noch kein Ergebnis. Nach den Schüssen vor einer Schule im niedersächsischen Fisselhöwe sucht die Polizei noch immer nach dem oder den Schützen, die einen Mann dort lebensgefährlich verletzt haben. Das war gestern schon kurz Thema bei uns in der Sendung. Und da hieß es schon, eine wichtige Rolle bei der Suche hat ein Motorrad gespielt. Das ist inzwischen gefunden worden. Und einiges spricht für einen geplanten Anschlag auf diesen Mann. Eine ganz mysteriöse Geschichte haben wir heute noch in der Sendung. Darüber wird gerade in München viel gerätselt. Da hat nämlich eine Frau in einem Restaurant Wasser bestellt. Also ganz normale Sache. Aber beim Trinken hat sie sich dann verätzt mit dem, was in der Flasche war. Jetzt ist die Frage, wie das mögliche Gift, wenn es das denn war, in die Flasche gekommen ist. Und da sind alle Seiten bei der Aufklärung sehr bemüht. Denn natürlich möchte niemand, dass sich die Menschen sorgen, im Restaurant mal ein Wasser zu bestellen. Die Klagen aus Krankenhäusern, die sind nicht ganz neu. Es gibt zu wenig Personal. Und die, die das dann schultern müssen, die leiden an chronischer Überlastung. Das Problem also ist bekannt. Aber was kann man ändern? Selten trauen sich die, die überlastet sind, selbst zu sprechen über die Probleme. Aber nun macht das bei uns eine Krankenpflegerin, die den Job seit 10 Jahren kennt. Und sie sagt ganz offen, wo die größten Probleme ihrer Meinung nach liegen und wie sich das im Alltag deutlich zeigt. Und diese Nachricht kam vor wenigen Stunden. Es hat uns wieder jemand verlassen. Ein Mann, der es geschafft hat, dass man beim Wort Ruckrede nicht an Stühle rücken denkt, sondern an seine berühmten Worte. Altbundespräsident Roman Herzog ist gestorben. Von 82 Jahren in einem Krankenhaus. Er hat mal über das Amt des Bundespräsidenten gesagt, das Schöne ist an diesem Job, man muss nie jemandem wehtun. Und das freuen sich immer alle, wenn man kommt. Ob das Joachim Gauck auch so sieht, der amtierende Bundespräsident? Vielleicht. Man weiß ja doch sehr wenig über diese private Welt eines Bundespräsidenten. Und deshalb empfehlen wir Ihnen auch für heute Abend ein ganz besonderes Filmporträt über Joachim Gauck. Nicht über den Staatsmann allein, sondern mehr die Momente, die weniger bekannt sind. Also das ganze Drumherum dahinter. Z.B. spricht die Frau an seiner Seite und berichtet, was man so mit ihm erlebt, z.B. auf Reisen. Aber eben nicht das ganze Offizielle. Ein ganz spannender Einblick. Ja, seltene Einblicke in ein Schloss, das von außen jeder kennt. Heute Abend können Sie dann mehr über das Innenleben erfahren in diesem besonderen Film. Joachim Gauck, der Präsident, der kommt heute Abend 22.45 Uhr. Und aus aktuellem Anlass hat das erste das Programm noch ein bisschen umgestellt. Im Anschluss zeigt das erste dann eine Sondersendung und erinnert an den verstorbenen Roman Herzog. Das also zum Programm dann heute Abend 23.30 Uhr. Sehen Sie, geht das los. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter auf die andere Prominenz, nämlich die aus Hollywood. Wie geht es eigentlich weiter nach der Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie? Er ist ja nun bei den Golden Globes das erste Mal ganz allein aufgetaucht. Und offenbar haben sich die beiden ganz gut zusammengerauft. Denn angeblich ist da jetzt eine neue, interessante Hollywood-Variante der Scheidung geplant. Trennung light, könnte man sie nennen. Es wird geschieden, aber freundlicher. Und vor allem sehr viel diskreter. Wir verraten, wie das denn gehen soll. Wie man auch in Hollywood beinahe geräuschlos Lebewohl sagen kann. Und dann haben wir uns noch getroffen mit einem absoluten Weltstar, mit Patricia Kahrs, Sängerin, Deutsch-Französin. Und das ist eines der Bilder, das sie von sich sehr gern mag, weil sie Tequila so liebt. Das muss man vielleicht erklären. Gemeint ist nicht das Getränk, sondern der Hund auf ihren Arm. Auch über den hat sie uns ganz viel erzählt im Interview. Ansonsten hat sie viel aufgeräumt in ihrem Leben und spricht über verlorene Liebe, die große Tour, die jetzt ansteht und den 50. Geburtstag. Den hätte sie eigentlich ganz gern eingetauscht. Außer es ist draußen so ein Glatteis wie der Zeit, dann freut man sich auch als starke Frau über einen helfenden Abend. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Abend. Viel Spaß jetzt hier mit Alexander Bombes und Gefragte Jagd. Und wir dann gerne morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.